was geht ab youtube ich bin es wieder euer sexysexflake heute mal wieder mit einem kleinen combo video gestern habe ich ja meine dragosec lrdd combo gezeigt aus dem elemental dragon deck und heute legt jetzt mal yugio dragon 999 los mit seiner dragoonity combo und da kommt hier first turn dragoonity dukes das heißt first turn muss sich vorstellen dass es in seinem zug einfach kommt kommt phalanx der geht dann für den kollegen gegen die armor müsste latein und synchro kommt hier für gay derg und der kann ein zettel aus aus dem deck suchen der dann aber gleich abgeworfen werden muss ist aber auch sinn und zweck der sache denn exit zum atem atem effekt der holten metal dragon aus dem deck ist auf jeden fall eine heftige combo was er hier rausholt man muss sich überlegt dass er nur diesen armer dukes auf der hand hatte und phalanx im friedhof eine echt geile combo ok hier hat der metal dragon wieder auf der hand um zappi rauszuholen muss er 400 zahlen dann kommt hier noch eine synchro 5 vagina die gründer die galenheit war jana oder wie auch immer man das ausspricht bei uns ist es einfach mal die gründer die night mit china ja da kommt wieder verlangs zu krank einfach mit seiner geld für metal dragon holt geld vom friedhof und dann kommt hier noch eine feine synchro ok crimson platter feines ding natürlich richtig geil und jetzt fällt noch was jawohl der gaia dragon richtig kranke sagen muss ich mal sagen richtig geile combo auf jeden fall zwei karten auf der hand gehabt eine im grave gut gehen schreibt der yugioh dragon nice auf jeden fall und wir haben hier 5 6 7 6 8200 ATK mit nur 3 3 3 karten combo auf jeden fall richtig retarded und somit eine richtig coole combo vom yugioh dragon 999 hier das war's für heute youtube euer 66 flake